So Fußleute, so das mit dem Test. Magnum Alba von Arbi Pyrotechnica. Ok, 20 Stück Inhalt, da haben wir was Italienisches weiter wieder. Wissen wir eh meistens, kommen wir nachher gleich tippidi doppi sein. Da haben wir mal da her. Da haben wir jetzt das mit Klasse P1. Ein Stück hat 0,50, ganze Packung 10 Gramm, also halber Gramm pro Böller. So, ausschauen wir dann die Stinker so. Dankeschön. Ja, wenn du weckst, kannst du schon einen raus. Du kannst ja von jedem einen raus, also wenn nicht. So, da haben wir noch einen. So, da haben wir noch ein halber. Da hast du gesehen, da steht noch wieder der Sound der Mitte. Der Schollerzeuger hat einen halber Gramm. So schaut der Reibkopf aus. Wissen wir jetzt noch nicht, ist das so ein Bengal-Reibkopf oder nicht. Schau gerade aber schon so her. Eben hinten, da werden wir mit den Kunststoffpappen dazu sein. Oder auch wieder stark harte Dinge. Aber probieren wir mal, oder? Ja. Ja, weil ich schon so ein Bengtari-Reibkopf war aber ganz schwach bei der Volker. Ja. 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 Seit Jahren war es jetzt gleich angegangen. Boah, bist du gestört, Alter. Boah, Alter. Ja, bist du gedeppert. Boah, die sind ja heftig, Alter. Brutal. Ja, tipptopp, nicht? Aber das war es auch schon wieder gewesen mit dem Test. Also, bis zum nächsten Mal und Servus.